Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wenn man von EDC Taschen spricht, dann kommt man hier an dieser Maxpedition kaum vorbei, denn die Maxpedition Micro Pocket ist in aller Munde und sie hat sich einfach einen Namen gemacht, weil sie so unglaublich gefüllt werden kann. Das hört sich jetzt komisch an, aber Tatsache ist, diese kleine Mikrotasche, ich zeige euch mal kurz die Maße, hat eine Breite von 9 cm, eine Höhe von ungefähr, ja sagen wir mal 15 cm und die Dicke ist ungefähr jetzt im gefüllten Zustand 7 cm. Also wirklich ozideck klein und vor allen Dingen, wenn man die Tasche im leeren Zustand sieht, dann hat man das Gefühl hier würde kaum etwas rein passen, aber der Eindruck täuscht, seid gespannt und schaut was hier alles drin zu erwarten ist. Die Tasche lässt sich so gefüllt natürlich schwer schließen und öffnen, es geht aber und jetzt schauen wir mal was uns darin erwartet. Fangen wir mal hier mit den kleinen Sachen an, also hier habe ich einmal vier ganz normale Gummis, beispielsweise um etwas verpacken zu können, vielleicht um sich eine kleine Mini-Schleuder bauen zu können etc. Und natürlich einen sehr sehr großen Feuerstahl, der hat einen Durchmesser von circa einem Zentimeter, eine Länge von circa, ich sag mal so 12-13 cm. Ein kleiner Schaber zum Anzünden ist auch direkt dabei. Dann haben wir hier noch ein kleines Knicklicht drin versteckt. Ich lege das jetzt einfach mal alles hier an die Seite, damit es mir nicht die ganze Zeit im Weg rum geht. Hier habe ich eine recht große, aber sehr spitze Pinzette, etwa um Zecken zu entfernen oder mal einen Splitter. Hier habe ich Dynamo Angelschnur. Ich weiß nicht genau wie viel es ist, ich denke mal so um die zehn Meter vielleicht, umwickelt mit etwas Klebeband, einfach nur damit es nicht wieder aufgeht. Klebeband habe ich aber auch noch an anderer Stelle dabei und zwar hier einfach aufgerollt. Das heißt man kann sich das beispielsweise direkt per Karabiner an die Hosentasche machen und kann sich dann immer so kleine Streifen abreißen. Sehr sehr praktisch. Also Panzerband, Angelschnur. Dann habe ich hier dabei zwei ganz normale Putztücher. Der Name ist jetzt hierbei egal. Es geht sich einfach darum, dass man damit halt zum Beispiel die Linsen von meiner Kamera reinigen kann, die Brille oder auch einfach mal die Hände zu desinfizieren. Das ist jetzt natürlich kein reines Desinfektions-Tuch, aber es ist gefüllt mit einer oder getränkt mit einer Art Alkohol und das reicht auf jeden Fall um sich mal die Hände zu säubern. Beispielsweise wenn man irgendwo im Wald gepinkelt hat und man möchte schnell die Hände sauber haben. Dann habe ich hier noch ganz normale Nylon Angelschnur. Auch hier mit einem kleinen Gummi gesichert, damit es sich nicht selber aufwickelt. Auch hier weiß ich nicht wie lange es ist, aber das dürften schon etwa um die 30 Meter sein. Auf jeden Fall definitiv ausreichend. Dann habe ich hier die LED-Lenser. P3. Das stellt die Kamera leider nicht scharf. Eine kleine, aber feine Taschenlampe. Das coole ist, die ist fokussierbar und ist ausreichend hell, um sich orientieren zu können. Perfekt, wenn man sich mal nachts im Wald irgendwo verlaufen hat oder irgendwo unterwegs ist, in dunklen Gassen etc., dann ist das auf jeden Fall eine Taschenlampe, wo man drauf setzen kann. Es muss nicht immer so ein Riesenteil sein. Die erfüllt allemal ihren Zweck. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine ganz normale, handelsübliche Rettungsdecke. Hier mit den Maßen 160 x 210 cm. Das reicht also um sich gut damit einwickeln zu können. Dann habe ich hier hinten noch versteckt drei ganz normale Papiertaschentücher. Kann man natürlich verwenden als Zündermaterial oder um sich mal eben die Hände abzutrocknen, den Hintern abzuwischen etc. Ich denke mal, euch ist allen klar, wofür man Papiertaschentücher gebrauchen kann. Dann habe ich hier etwas Kinsparen dabei. Falls man mal in die Situation kommt, dass man ein Feuer machen muss, tut man sich hiermit auf jeden Fall leichter, als wenn man versucht irgendwo Zündholz zu finden. Dann habe ich hier noch dabei Kabelbinder. Das sind jetzt glaube ich vier Stück. Genau, vier Stück und etwas Draht. Einfach um Sachen verpacken zu können. Auch hier wieder mit Gummis gesichert. Insgesamt komme ich also jetzt schon auf acht Gummis. Damit könnte man sich schon eine, ja ich sag mal, ordentliche Schleuder bauen. Natürlich nicht um damit irgendwie großartig auf die Jagd zu gehen, aber einfach für Fun-Spiele um mal ein paar Dosen um zu schießen, würde, würden die Gummis reichen. Und was natürlich nicht fehlen darf bei der ganzen Angelschnur, die ich halt dabei habe, sind ein paar Bleigewichte und Angelhaken in verschiedener Größen. Das war jetzt alles aus diesem Bereich der Tasche. Hier drüben habe ich einen ganz normalen Neodym-Magneten. Dann von Katadyn die Wassereinkeimungstabletten. Das sind jetzt zwei, vier, sechs, acht Stück. Das heißt, man könnte sich acht Liter Wasser damit filtern, beziehungsweise reinigen. Filtern wäre ja der falsche Ausdruck, weil diese Tabletten sorgen ja nur dafür, dass alles an Bakterien und Keimen abgetötet wird. Aber im Endeffekt würde man das dann trotzdem mittrinken. Also ist keine richtige Filterwirkung, sondern eigentlich nur Entkeimungstabletten. Als Messer habe ich mich hier für das Hunter Pro M Alox von Victorinox entschieden. Es ist halt ein Einhandmesser in Deutschland nicht illegal zu führen, eben weil es mit einer Hand geöffnet werden kann. Es gibt davon auch eine Zweihandvariante. Die hat halt dieses Loch nicht zum Öffnen, sondern die wird halt mit zwei Händen dann geöffnet. Ist ein etwas komisches Gesetz, weil wenn es ein Küchenmesser wäre mit so einer Länge, dann dürfte es mit herumführen. Hierbei leider nicht, aber trotzdem habe ich mich dafür entschieden, weil es halt ein sehr stabiles Messer ist mit einer ordentlich langen Klinge. Ich brauche noch mal mein Maßband. Wir haben hier eine Klingenlänge von etwa zehn Zentimetern. Die Dicke kann ich leider mit dem Maßstab nicht messen, aber ich würde sagen etwa drei Millimeter. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Es dürften ungefähr drei Millimeter sein. Und wie gesagt, es ist halt wirklich erstens sehr, sehr scharf. Es ist sehr gut verarbeitet. Es ist ultra stabil und wer zum Beispiel die Filme von Felix Imler kennt, was man mit einem Victorinox alles machen kann, hier ist zwar jetzt nur eine Klinge dran, aber die ist halt einfach brachial. Zur Ergänzung habe ich dazu aber das Victorinox Swiss Tool X dabei, welches über eine sehr große, stabile Zange verfügt. Auch hier mit Kabelschneidern, die halt leider nicht auswechselbar sind. Aber ich sage mal so, ich komme jetzt draußen selten in die Situation, dass ich irgendwie Kabel schneiden muss und für den weichen Draht, wie ich ihn dabei habe, das ist ja nur so eine Art Aluminium Draht. Den könnte man sogar mit der normalen Schere von Victorinox durchschneiden. Also der hat überhaupt keinen Widerstand in dem Sinn. Und dafür reichen mir die Schneiden hier alle mal aus. Ich hatte überlegt, ob ich Victorinox mitnehme oder eben Leatherman oder vielleicht ein Bibery. Dazu wird in den nächsten Wochen noch ein Vergleichstest stattfinden, wo ich einige Tools dieser Marken vorstelle und noch andere dazu. Aber ich finde das hier ungeheuer praktisch, weil man an die zusätzlichen Tools von außen herankommt. Bei den meisten Tools ist es ja so, man muss die erst aufklappen. Zumindest ist das bei Leatherman sehr häufig der Fall. Und dann kann man von hier aus die Tools ausklappen, aber man hat halt immer die Zange geöffnet. Und das ist bei Victorinox halt anders gelöst. Eben wie gesagt, weil man so direkt an die Werkzeuge herankommt. Kreuzschraubendreher, zack, ausgeklappt. Man hat einen wirklich stabilen Griff, kann sehr gut arbeiten und das finde ich halt zum Ersten sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon gesehen habt, aber ich hole nochmal den Kreuzschraubendreher raus. Der arretiert. Das heißt, hier diese Rändelungen, die sorgen dafür, dass man das Werkzeug wieder lösen und einklappen kann. Solange man diese Arretierung nicht drückt, ist das wirklich ultra stabil. Und das ist natürlich vor allen Dingen gerade dann praktisch, wenn man beispielsweise hier mit dieser Klinge arbeitet. Auch die arretiert natürlich. Die wird dann von dieser Seite hier gelöst. Ihr seht also diese Rändelungen sind auf beide Seiten eben, damit halt mehr Werkzeuge fixiert werden können. Neben der großen Klinge haben wir hier noch eine sehr, sehr gute Säge dabei. Wer die Victorinox-Sägen kennt, der weiß genau, das ist schon brachial. Hier haben wir Dosenöffner, Flaschenöffner. Ich konzentriere mich jetzt hier mal nur auf die großen Werkzeuge. Hier haben wir noch eine sehr krasse Pfeile, die ist wirklich ultra stabil. Auch wenn ich die eigentlich fast nur nutze, um mal etwas Holz zu schlichten oder vielleicht auch mal die Fingernägel zu machen, wenn da irgendwie was ausgerissen ist. Aber es ist halt eine Metallpfeile. Das heißt, man könnte sogar Metall damit anpfeilen. Und zu guter Letzt, was ich auch sehr geil finde bei dem SwissTool X, ist halt, dass hier zusätzlich zur normalen Klinge noch diese Wellenschliffklinge angebracht ist, die halt sehr, sehr gut ist, wenn man etwa ein Seil durchschneiden möchte oder vielleicht auch den Sicherheitsgurt im Auto, wenn man in eine Notsituation gekommen ist, klappt man aus, zack, das ist ein Ratsch mit dem Teil und der Gurt ist durch. Ich sag mal so, dass das mit der anderen Klinge wahrscheinlich auch möglich wäre, vielleicht nicht in einem Ratsch, aber in zwei oder vielleicht höchstens dreimal versuchen, dann wäre auch der Gurt durch. Aber ich finde es trotzdem praktisch, dass diese Wellenschliffklinge hier dabei ist. Also das Victorinox SwissTool X, ein ultra geiles Tool. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen kommt noch mal ein großer Vergleichstest, wo ich einige Multitools vorstelle. Einmal Zangen-Multitools, einmal die reinen Messer-Multitools und mal schauen, wer da am Ende als Sieger herausgeht. Das war es jetzt schon fast. Hier haben wir zu guter Letzt gegen Nasenbluten als Zündmaterial oder halt für die Frauen, wenn sie in einer Situation sind, wo sie brauchen. Und natürlich noch ein paar Pflaster, ganz normale kleine Pflaster, um mal eben eine Blutung stillen zu können. So, die Tasche ist leer. Hier habe ich jetzt noch Durchfalltabletten und Kopfschmerztabletten. Auch die habe ich fast immer dabei. Und das war es. Und wenn man sich jetzt die Tasche noch einmal anschaut, ihr wisst ja, wie dick die vorhin war. Schaut, die ist kaum noch ein Zentimeter dick. Die hat also ein ultra kompaktes Maß und ist halt wirklich, wirklich super gut verarbeitet. Ihr seht hier, ihr habt hier jede Menge Fächer, wo halt kleine Utensilien untergebracht werden können. Zwei Hauptfächer, wo man größere Sachen unterbringen kann. Bei mir waren da die beiden Victorinox Tools drin. Hier hat man ein sehr großes Fach. Da passt also die ganze Hand rein von der Breite, dass ihr mal so einen Größenvergleich habt. Hier hatte ich ja die Rettungsdecke hinter. Und auch hier wieder unterteilt in drei kleinere Fächer. Man hat hier eine kleine Schlaufe, wo man vielleicht einen kleinen Karabiner anbringen kann. Und natürlich hier das noch, um beispielsweise den Schlüsselbund zu sichern, bevor man ihn hier in diese Tasche reinstopft. Und das war es. Wie gesagt, die Maxpedition. Ultra, ultra praktisch. Ich finde sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja zahlreiche Taschen mittlerweile gefüllt auf die Art und Weise. Und ich finde einfach, dass die Maxpedition Micro Pocket eine der besten Taschen überhaupt ist, weil sie so ungeheuer vielseitig ist. Ich liste euch, während ich hier von mir herrede, nochmal alles nebeneinander auf, dass ihr nochmal einen Überblick bekommt, was da alles enthalten war. Wie gesagt, die die Maße von der Tasche überzeugen von sich schon. Hinzu kommt natürlich, dass das Ganze hervorragend verarbeitet ist. Die Tasche kostet ungefähr um die 30 Euro. Das ist natürlich, ja, ich sag mal so, beim Kauf jetzt nicht gerade günstig, weil man überlegt, man bekommt so eine kleine Tasche für 30 Euro. Das ist schon eine Ansage. Da gibt es wahrscheinlich auch günstigere Taschen. Aber auf der anderen Seite muss man halt dazu sagen und man muss da wirklich fair sein, dass man hier wirklich sehr, sehr viel fürs Geld bekommt. Es ist halt kein Klump, der da verarbeitet wurde, sondern wirklich, wirklich hochwertige Qualität. Und ihr seht schon, hier geht mir wirklich der Platz aus, weil ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Kram. Ich lege das nochmal, ich lege nochmal die Rettungsdecke hier drunter. Die Tempers wollen wir auch nicht vergessen. Und das sind halt die ganzen Sachen, die in dieser kleinen, wirklich kleinen Tasche drin enthalten waren. Und ihr seht es ja, es ist eine breite Palette, wo man sehr viele Situationen mit abdecken kann. Natürlich könnte man einzelne Sachen austauschen. Man könnte zum Beispiel sagen, anstatt die beiden Tools nehme ich zum Beispiel einen Swisschamp mit. Das hat zwar eine kleinere Zange, hat aber dafür auch eine Säge, Pfeile etc. Die Taschenlampe könnte man vielleicht noch eine Variante kleiner nehmen, wie zum Beispiel meine kleine Tiki Taschenlampe. Die wäre ja, wenn überhaupt, vielleicht gerade mal so die die Hälfte von der Taschenlampe hier und auch wesentlich dünner. Und wenn man halt auf kleinere Tools setzt oder auch bei der Pinzette. Das ist natürlich jetzt ein riesen Brummer. Bei dem Swisschamp zum Beispiel hätte man diese kleine Pinzette schon mit dabei und zusätzlich noch einen Zahnstocher. Das wäre vielleicht dann eine Lösung, wo man die beiden Tools und die Pinzette sogar noch mit ersetzen kann. Wie gesagt, man kann sich die Taschen natürlich individuell zusammenstellen. Ich finde, das war jetzt einfach nur mal eine coole Vorstellung, was mit der Maxpedition überhaupt möglich ist. Und ich denke, jetzt nach diesem Film ist mir klar geworden, dass ich auf jeden Fall noch mal einen Film machen werde, wo ich auf kleinere Tools setze. Einfach um zu schauen, was könnte ich stattdessen dann eventuell anderes dafür noch mitnehmen, wo ich noch mehr Bereiche mit abdecken kann. Aber wie gesagt, das war jetzt die erste Vorstellung der Maxpedition. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, was ihr anstelle dieser Artikel mitnehmen würdet, dann lasst es mich gerne wissen. Ich habe mittlerweile eine richtig große Palette an Autoartikeln, die ich halt in solche Taschen reinpacken könnte. Deswegen versuche ich das immer etwas abwechslungsreich zu gestalten. Die letzten Male habe ich ja eher auf die Swisschamps oder Cybertools gesetzt oder auch bei der Taschenlampe auf meine Rovivon oder eben auf die Tiki. Ich versuche das Ganze immer etwas abwechslungsreich zu gestalten, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich immer die gleichen Artikel einfach nur in andere Taschen packe. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.